Achtjährige klaut der Nachbarin auf der Straße einfach die Süßigkeiten. Jetzt gibt's Ärger. Hey Josefine, was soll das? Ja, Josefine, was soll das? Wieso klaust du hier nicht das Brot? Ist, glaube ich, besser als Süßigkeiten. Dann treffen Mutter und Josefine aufeinander. Wird das nicht Josefine ausgesprochen? Ach, egal. Und hört mal genau hin. Ich hab nichts geklaut. Jetzt erzähl mir doch nix. Die Sibylle, die lügt mich doch nicht an. Hallo. So, und jetzt die Analyse von der Therapeutin. Als ich in das Zimmer reinkam, wo Mutter und Tochter waren, da kriegte ich gerade mit, wie die beiden sich stritten. Ich weiß ja nicht, was die unter Streit versteht. Aber ja, das war ein richtig heftiger Streit. Bitte prügelt euch gleich nicht. Ja, prospero. Grüß dich. Wir haben uns ja noch gar nicht richtig begrüßt. Oh, du malst aber schön. Das, meine Damen und Herren, war der Korb des Jahres. Oh, du malst aber schön. Gibt sie ihr einfach nicht die Hand. Wahrscheinlich gibt's jetzt richtig Streit zwischen den beiden. Für mehr solcher qualitativen Quatschvideos hinterlasst ein Abo.